Ich glaube, wenn wir nicht so ein gutes Verhältnis hätten, dann wäre es schwierig, zusammen auf der Bühne auch richtig zusammen zu spielen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir gut befreundet sind. Wichtig ist Freundschaft insgesamt im Leben? Freundschaft ist wichtig. Freunde sind einfach für dich da und du hast dann immer jemanden, zu dem du hingehen kannst, wenn es dir schlecht geht. Oder auch jemand, der mit dir die Freude teilt. Und deshalb ist es einfach gerade das, was wir mit der Band erleben, da ist es so schön, dass wir einfach Freundinnen sind, weil wir dann einfach so Niederlagen und halt eben auch so totale Hochgefühle einfach total miteinander teilen können und das einfach miteinander erleben. Und das ist einfach schön. Das lässt sich eigentlich total schwer an Worte fassen, deshalb kann man das ja auch nicht beschreiben. Also ich glaube, das fühlt man einfach und wenn man fühlt, dann ist es das Schönste und Größte, was es im Leben gibt. Und ich glaube, da kann sich einfach jeder reinversetzen, der schon mal geliebt hat. Und du bist verliebt, das sieht man nämlich gerade ganz doll, weil deine Augen, die machen gerade Bling, 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 ist total süß. Ihr seid aber insgesamt alle verliebt und ganz treue Seelen, ne? Ja. Ja, wir sind alle vergeben und wir lieben alle ganz doll und wir werden auch ganz doll geliebt von unseren Freunden und es ist alles so schön. Ja, ich weiß nicht. Ohne Männer würde die Evolution alt aussehen, aber ohne Frauen auch. Also es passt schon ganz gut.